Es ist ein Blick in die Vergangenheit. Das Gelände der Firma Henschel & Sohn, ab 1957 nur noch Henschel-Werke genannt, liegt im Kasseler Stadtteil Roten Dittmold. Die 40.000 Quadratmeter Fläche beherbergten einen der bedeutendsten Hersteller von Lokomotiven in ganz Europa. Zeitweise über 6.000 Mitarbeiter waren in dem 1810 in Kassel gegründeten Unternehmen beschäftigt. Während des Ersten und Zweiten Weltkriegs wurde Henschel auch zur Rüstungsschmiede. Die Arbeiter produzieren Geschosse, Zünder und Munitionswagen. 1915 hatte bereits Firmenchef Karl Henschel dem Kriegsministerium den Bau von Geschützen angeboten. Die Politiker aber lehnten ab, da zu jenem Zeitpunkt das Heer an allen Fronten siegte und die Regierung daher einen baldigen Friedensschluss erwartete. Dazu kommt es nicht, das Heer benötigt Waffen, die Henschel bauen soll. Da der Platz in den Fabrikhallen in Roten Dittmold nicht ausreicht, baut Henschel eine neue Anlage für den Geschützbau, das Werk Mittelfeld. Im Mai 1918 wird es seiner Bestimmung übergeben. Im Jahr 1925 begann Henschel und Sohn als Nutzfahrzeughersteller mit dem Bau von Lastkraftwagen und Omnibussen. Ein sechszackiger, verkrumpter Stern mit einem großen Haar als Firmenlogo zierte seither, bis zum Ende der 60er Jahre, sowohl die Nutzfahrzeuge als auch die Industrielokomotiven. Der Glanz der alten Zeiten ist lange vorbei. Während 1923 die 20.000. im Werk produzierte Lokgebühren gefeiert wurde, erinnern heute nur noch ausrangierte Modelle auf dem Gelände an diese Erfolge. Der Zahn der Zeit nagt nicht nur an den Eisenbahnen, sondern auch an der Bausubstanz. Viele große Hallen stehen leer und müssten zur Weitervermietung erst saniert werden. Dafür zuständig wäre der neue Investor, die zypriotische Grand City Property. Doch was die mit dem Gelände vorhat, ist noch unklar. Für Unsicherheit sorgt das bei den Mietern, darunter das Technikmuseum, das Netzwerk Hammerschmiede und der Skateboardverein Mr. Wilson. Für sie alle ist das Gelände zum zentralen Treffpunkt geworden. Über die Zukunft des denkmalgeschützten Geländes will sich der Investor mit einem neuen Konzept Gedanken machen. Bis dahin bleibt das Gelände unweit vom Herzen Kassels, weiter in einem Tiefschlaf. Mehr zum Thema Henschelwerke in Kassel gibt es im RegioWiki der HNA.